Hallo zusammen, ich habe hier etwas ganz Spezielles mitgebracht für die Charity Aktion. Ein World Tour-Shirt aus Rom vom Grand Slam und das bedeutet mir ganz speziell etwas, weil wir dort am letzten Turnier, im letzten Match noch eine Lütter-Qualifikation gesichert haben für London 2005 und das unterscheiden wir jetzt. Dort wird etwas steigern und geben viel Geld aus dafür. Das ist für einen guten Zweck. Untertitelung des ZDF, 2020